Hallo Einzigartige, mein Name ist Sila Ella, Prinzessin der Mathematik. Prinzessinnen schlafen gerne im wunderschönen Himmelbett, geschmückt mit 100.000 Sternen und Sternschnuppen und vielen welchen Kissen. Und jede Nacht um Mitternacht ertönt der Mathe-ABC-Rap. Setze ich am besten auf einen Stuhl, auch Gleichung zweiten Grades genannt. Wir sind auf die Lösung gespannt. Für die Lösung der quadratischen Gleichung findet die Mitternachtsformelverwendung. Funktionskraft f von x ist eine Parabel, deren Nullstellenanzahl ist variabel. Frag b²-4ac-Diskriminante, wie viele reelle Lösungen das Ganze. Ist die Diskriminante größer Null, so gibt es zwei. Ist sie gleich Null, eine. Ist sie kleiner Null, keine. Nach x aufgelöst ergibt sich x12 ist gleich. Minus b plus minus Wurzel b² minus 4ac durch 2a, aha, aha. Nach x aufgelöst ergibt sich x12 ist gleich. Minus b plus minus Wurzel b² minus 4ac durch 2a, aha, aha. .